Ich kann das Karin. 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 Der Pokémon ist wer? No way for you! Straßenverkehr ist Krieg. Ja, das fasst gut zusammen. Das fasst gut zusammen, leider. Da ist eine Menge Wut mit dabei im Straßenverkehr. Hast du schon Tyler Won getroffen? Nee, der ist zu low elo, leider. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute beim Autofahren immer sofort von A nach B wollen und deswegen dann genervt sind, wenn das nicht so funktioniert. Ja, das Gefühl könnte einen auf jeden Fall beschleichen. Da bin ich bei dir. Das ist leider Akschan gebannt. Was ist denn hier ein guter Champion? Da sieht irgendwie alles scheiße aus. Wollen wir mal eine Runde Xerat Blind Pick machen? Komm, wir gehen für den Redemption Victor. Wir hatten heute... Ich wollte doch keinen Victor mehr spielen. Warum habe ich jetzt Victor gepickt? Ich... Ich habe Victor gepickt. Warum habe ich denn jetzt... Ich habe doch gesagt, ich picke keinen Victor mehr. Talia Stark oder Zillaz? Na, Zillaz ist schon sehr schlecht hier in dem Game. Also bis jetzt. Vielleicht kommt auch mal was, der mit Leder pickt. Jetzt soll es mal wechseln. Oh, wechsel wäre sehr, sehr gut gewesen hier, ja. Wechsel wäre wirklich extrem gut gewesen. Das ist jetzt natürlich wieder das Matchup, das wäre nicht... Ja, full AD. Immerhin. Außer mit Karma halt ein bisschen. Aber schon sehr AD-lastig. Und wir haben Graves Yomi. Das heißt, wenn wir hier ein bisschen chillen, sieht gut aus. Das ist ein richtiges Low-Elo-Game. Scheiße, wir müssen das gewinnen, sonst verlieren wir so viel. Wir müssen das actually gewinnen. Oh no. Oh no, 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 Leute. Das ist ein wichtiger Win. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Win. Wenn wir das verlieren, kriegen wir so viel Minus. Okay, wir hatten jetzt 30 Minuten Q. War ein sehr schönes Gespräch. Danke euch dafür. Das habe ich mal gebraucht. Dass mir mal jemand zuhört über meine Probleme und meine Beschwerden. Monka-Ti-Usi? Nee, das ist nicht Usi. Das ist nur... Also, keine Ahnung, wie das macht. Du kannst ja dich irgendwie so beschriften lassen. Let's go on. Please. Wenn wir das noch gewinnen, dann machen wir vielleicht noch einen. Und wenn wir das noch gewinnen, dann ist es... Boah, dann ist es aber... Ihr Haven erreicht. Habe ich euch schon erzählt von dem jungen Mann, der mir geschrieben hat, dass er im ersten Semester Psychologie ist und dass er mich für einen gefährlichen Psychopathen hält und dass ich mich unbedingt selbst einliefern soll, weil er ein psychologisches Abbild von mir erschaffen hat. Ich erfülle irgendwie von 14 Punkten erfülle ich irgendwie 7 und damit bin ich ein gemeingefährlicher Psychopath, auf den man 8 geben soll. 100% Troll? Nee, der hat er todernst gemeint. Der hat da so eine super lange Statistik auch zugemacht und so Diagramme und der wollte das belegen und hat Clips rausgesucht und hat so eine Excel-Tabelle gehabt. Also, wenn er ein Troll war, dann hat er sich sehr viel Mühe gegeben auf jeden Fall. Wenn du es bisher 1 im Plus sind wir gerade. 1 im Plus. Höchststand war heute 4 im Plus. Jetzt sind wir gerade bei 1 im Plus. Okay, nice. Wir haben Ganjar-Codein im Jungle, der uns mit dem Wellblade hittet. So mag ich dich da sehen, ah? Der gute alte Ganjar-Codein. Nee, auf jeden Fall kein Ignite mehr, wenn ich mich nicht verpumpt habe. Also, das Ignite habe ich gesehen. Ich glaube, sie hat nicht geflasht, sie ist einfach geintet. Aber schon sehr, sehr spekulativ, wenn sie dachte, ich bin auch nicht in Range. Nice. Das ist große Scheiße. Bei unserem Midlane-Match-Up, wir können halt, also tatsächlich nur, wenn sie halt massive Fehler macht, können wir sie japanischen. Ansonsten haben wir halt nicht wirklich Chance gegen die. Man muss massive, massive Fehler machen, damit da was geht. Das wird schwer. Das wird schwer. Unser Team ist, glaube ich, super tilted. Ich habe einen Champion, der einfach zu lang braucht. Ich brauche einfach zu lang. Wir sind bald immer an Level 7 und haben unser Upgrade. Sobald wir das haben, können wir gewinnen. Schöne Richtung mitgehen. Team ist jetzt schon sehr, sehr wütend aufeinander. Ich kann nicht carry'n. 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 Also, wenn die sich nicht komplett die Arme bricht, seid ihr halt für eine ganze Weile immer instant los. Ah, ich darf kein Victor mehr spielen. Victor ist zu langsam. Er ist zu langsam. Ich darf ihn nicht spielen. Okay. Das war jetzt so, wie ich sehr, sehr wütend bin. So, wir sind ja Skin in dem Game, befürchte ich. Wir kennen wollen wir noch einen. Bis jetzt tiltet immerhin noch keiner, würde ich behaupten. Das klingelt mir den Mitshirt nicht auch noch. Wenn ich einen Fehler mache, das Game glaube ich probere. Also wenn ich wundere, das ist halt alles. Bounties, wenn ich die Karren möchte. Bounties braucht das Land. Das ist die einzige Chance, wie ich die Karren kann, diese Mitspieler. Perfekt, perfekt, perfekt. Schön gespielt von ihr. Aber ich habe die Stacks danach bekommen. Ich brauche jetzt Void-Rabba-Lish-Van, brauche ich. Come on, we can do this. Please. Ja! Na! Oh mein Gott, Alter. Das wäre fast so huge gewesen. Das wäre fast so huge gewesen. Also ich meine, das ist auch so sehr huge. Aber wenn ich da nicht sterbe, ist es actually winnable. Ich muss Void gehen. Was mache ich hier? Was mache ich hier? have? Okay, ich gehe mal auf mich. Was ist denn bei der Seite gar nicht so gut? Ich weiß nicht, dass da nicht so was erstjetzt sind da schon sind. Ich will nur noch Rabbadons, dann ist es wahrscheinlich over. Rabbadons und 25 Stacks brauche ich. Die Team ist jetzt halt auseinander. Es wäre wirklich schön, wenn die Akali sich eine Name sucht und da halt chillt. 5-5, ne wir können ja nicht 5-5, weil die Gegner ja einfach Prämonen spitten, weißt du? Wir können ja nicht 5-5 machen, während die Gegner die ganze Zeit spitten. Da wird nicht der sein, der weggehen muss aus dem Team, weißt du ja, aus dem Squad. Das ist ja schlecht für uns jetzt. Der ist halt auch so stark, ne, der Felios leider. Niiice! Big! Der hat so viel Gold gerade eingecashed. Das für eins ist sehr, sehr gut. Oh no! Okay ihr habt ja den Fall rein, da muss man ein bisschen wechseln. Oh. No, no... Und den Fall ist der Fall rein? Ha? Scheiße ist es fun! Immer gut rein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein Team ist poppin' off! Ich hab geintet, aber mein Team ist poppenhoff. Oh mein Gott, der hat poppenhoff. Wie haben die denn das gewonnen? Das ist echt schick. Wir kriegen den nächsten Lass. Dann ist es glaube ich vorbei, wenn wir nicht kriegen. So, fast unser ganz Level 16. Boah, wenn wir das gewinnen, äh? Wenn wir das gewinnen, dann gönne ich mir gleich ne Packung Bringles, äh. Halt. Warum werde ich das? Halt. Wir können doch nicht enden. Es ist noch nicht vorbei, ne. Es ist auch noch nicht vorbei. Aber das bedeutet, wir kriegen den Duell und haben die Chance sehr, sehr gut. Ich würde sagen, jetzt sind wir an ungefähr so 60% Win Chance. Ich würde nicht erst mal probieren zu enden, oder? 600 AP ohne Yomi Und Ne, nicht an Katze 170 AP von der Katze 170 AP Gibt mehr als ein Ravadons obendrauf Das ist bitter Das ist ein Ravadons obendrauf Tablet Teleklazter nicht, Teleklazter nicht Teleklazter nicht Eines der wenigen koreanischen Teams, die ich gesehen habe während dieser Reise mit sehr, sehr guter, cleaner Mentality, Leute. Und Mentality-Man war da, sie zu führen in diesen Zeiten der Not. Um die LP einzucashen, dann haben wir jetzt doch ein Zweier-Plus heute. Es wird immer besser. Wir werden immer besser, jeden Tag. Und wir können Challenger schaffen, so, wenn wir weiter dranbleiben und weiter gute Tage haben. We're Kings, nicht vergessen, ne? Und Queeds, auch mal. Untertitelung des ZDF, 2020